Hallo ihr Lieben, mein Name ist Mimi und heute geht es um die neue Lini Box. Für alle, die nicht wissen, was die Lini Box ist, erkläre ich es jedes Mal. Die Lini Box ist von Evelyn. Wer den Shop nicht kennt, ich verlinke ihn gerne unten. Die Box natürlich auch. Die kommt heute um 16 Uhr online. Das ist jeden ersten Freitag im Monat. Um 16 Uhr kommt diese Box online. Die ist nur beschränkt, das heißt es gibt nur bestimmte Stückzahlen. Und ich präsentiere euch immer im Vorhinein schon, was in der Box drin ist. Wie immer kommt die Box in diesen wunderschönen Karton. Den mache ich jetzt einmal für euch auf. Und da ist immer eine Karte mit drin. Ich sammle sie mittlerweile auch. Und heute ist eine neue Karte mit drin. Das finde ich ganz cool. Ich habe sie zumindest noch nicht. I do nails, what's your superpower? Das finde ich ganz cool gemacht. So von wegen Pistole. So und dann ist wie immer dieser Flyer hier drin. Und dieses Mal ist es eine Nude Box. I love nude heißt sie. Und da sind wirklich nur so ganz simple nudefarbene Töne drin, die auch nicht so super deckend sind, sondern nur so ein bisschen. Und die trage ich euch jetzt auf. Genau. Also wirklich nur die Farben und vier Farben und ein Pinsel. Normalerweise ist immer viel mehr mit drin. Viel mehr Nail Art und so weiter. Aber dieses Mal ist sie wirklich einfach schlicht gehalten worden. Und die trage ich euch jetzt auf. Dafür habe ich mir hier schon... Ich möchte meine Hand neu machen für den Skiurlaub. Und dafür habe ich mir die hier schon gekürzt und auch glatt gefeilt und die Farbe runtergeholt. Und ich zeige euch jetzt die Farben auf diesen Nägeln. So, als erstes habe ich hier die Farbe Sheer Nude. Ach so, vorher einmal zum Pinsel. Und zwar ist das hier dieser Pinsel in diesem Rosé-Gold-Ton von Lini. Den gleichen habe ich ja schon einmal. Das ist ein super Full-Cover-Pinsel. Aber den kann man auch für... Also so ein All-Rounder-Pinsel, den kann man wirklich für alles benutzen. Den benutze ich auch schon sehr, sehr lange. Und den liebe ich auch. Also Farbe Sheer Nude. Ja, ich habe gestern leider meine Lini-Box ist mir umgekippt. Und dann sind mir die Farben... Also ich hatte sie schon geöffnet und jetzt sind mir die Farben leider so ein bisschen im Rand gelaufen. Deswegen einmal bitte ignorieren. Das passiert, wenn man die Tiegel nicht ordnungsgemäß hinstellt, sondern sie auf der Seite liegen. Und ich finde, dafür sieht es noch ganz okay aus. So. Also Sheer Nude. Erstmal in einer dünneren Schicht. Ich werde die nicht aushärten lassen, denn ich möchte die Farben nicht auf meinen Nägeln tragen. Ich mache mir nachher für den Skiurlaub etwas anderes. Deswegen kann ich sie euch nur so zeigen. Aber ich wollte sie nicht auf Tipps auftragen, denn ich finde, auf Tipps sieht man die Farbe oft nicht so, wie sie auf echten Nägeln aussehen würde. Und deswegen kommt es jetzt einmal in einer etwas satteren Schicht auf meine Nägel drauf. Denn genau wie beim Babyboomer, wenn man den Babyboomer... Ah, hier ist noch ein bisschen rosa von der Farbe davor. Wenn man den Babyboomer auf Tipps macht, sieht er nie so aus, wie auf dem echten Nagel. Und deswegen... Ich wollte euch ja genau zeigen, wie es aussieht. So. Jetzt kann man sehen. Es ist so ein leichter Braunton. Ihr könnt sehen, mein Naturnagel scheint noch durch. Man könnte jetzt... Das war eine leicht sarte Schicht. Man könnte noch eine machen, dann sieht man den Naturnagel nicht ganz so durchscheinen. Ist eine schöne Farbe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht so meine Farbe. Wenn ich sie auf meinen Nägeln aufgetragen habe, werde ich sie euch danach nochmal auf einem Tipp auftragen. Dann könnt ihr einfach den Unterschied sehen. So. Die Farbe ist hier Rosé. Und auch hier leider, leider in den Rand gelaufen. Ist doof. So ein Beige-Ton, würde ich jetzt sagen. Aber ein schöner Beige-Ton, so ein rosa-beige, würde ich jetzt sagen. Normalerweise würde ich bei dem Ton jetzt erst eine dünne Schicht auftragen und danach eine etwas sattere. Das passt immer am besten bei solchen Tönen. Aber da ich es ja nicht aushärten lassen will, muss das jetzt so funktionieren. So. Kann man erkennen, im Gegensatz zu dem rechten, das ist wirklich so ein ganz leichter Rosaton, der so ein bisschen abdeckt. Finde ich sehr, sehr schön. Passt ganz gut zu meiner Haut. Also auch einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Das Braun ist wie gesagt nicht so mein Fall, aber der ist ganz schön. Jetzt habe ich hier die Farbe Schier Beige. Sieht sehr rosan aus. Also der ist mehr so, hat mehr so diesen rötlicheren Ton. Der hier hat mehr so einen, ja, beige-rosanen Ton. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Farbe, wie ich finde. Aber wahrscheinlich sehr schwer aufzutragen. Aber das sind ja so durchschimmernde Farben sowieso immer. Deswegen, wie gesagt, erst eine dünne Schicht und dann eine etwas sattere. Und nie den Pinsel komplett aufdrücken, sondern immer nur so ein bisschen. So, ist jetzt heute nicht der perfekte Farbauftrag, aber ich zeige es euch ja gleich nochmal auf den Tipp. So, die Farbe ist also wirklich nur ein Ticken heller als die rechte. Hat mehr so einen weiß-beige Stich mit drin, im Gegensatz zu ihr hier. So kann man es ganz gut sehen. So, also wirklich ganz, ganz zarte Töne. Aber perfekt, wenn es jemand nicht so, ja, extrem haben möchte, sondern... Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Hä, bin ich jetzt blöd? Wo ist meine Farbe hin? Ach, hier ist sie. Und zwar die Farbe Glamour. Ich war jetzt etwas irritiert. Ich glaube, die kann auch recht schön sein. Die hat so ganz leichte Glitzerpartikelchen mit drin. Oh ja, auch richtig, richtig schön. So, auch wieder eine etwas sattere Schicht. Und sie hat, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, so ganz leichte Glitzerpartikelchen mit drin. Ganz, ganz unauffällig, würde ich jetzt sagen. So, das sind jetzt die Farben. Ihr könnt erkennen, mein Nagel ist immer ein bisschen, also scheint immer ein bisschen durch. Finde ich aber ganz cool. Hat so eine Art French-Look oder Baby-Boomer-Look, würde ich jetzt sogar sagen. Ähm, ja, ich lasse sie jetzt einfach mal so und trage sie euch dann auch noch auf Tipps auf jetzt. So, hier könnt ihr einmal die Farben. auf Tipps sehen und einmal die Farben nochmal auf meiner Hand. Ich werde euch das hier beides einblenden. Also, ihr seht den Unterschied auf jeden Fall. Auf der Hand scheint es einfach ein bisschen mehr durch als auf den Tipps. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dieses Mal etwas kürzer, weil die Box ja auch jetzt nicht so krass spektakulär ist. Ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön. Mein Favorit sind die beiden in der Mitte hier bei den Tipps. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.